Wir hatten eine weitere Bürgerdialogsveranstaltung, diesmal für die Stadtteile Reuschenberg und Selikum, wo ich auch gerade hier stehe. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir auch das wieder in digitaler Form durchführen, aber es ist trotzdem eine gute Möglichkeit, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ein Thema, was häufig angesprochen wird, ist das Thema Sauberkeit in den Grünanlagen. Wir haben als SPD gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern eine Sauberkeitsoffensive auf den Weg gebracht. Dazu gehört beispielsweise der Austausch der Mülleimer nach und nach gegen sogenannte vogelsichere Mülleimer. Dazu gehört aber auch das Aufstellen von Hundekotbeutelspendern, weil das vielfach gewünscht wurde. Hinzu kommt, dass auch die Personalkapazitäten im Grünflächenamt ausgeweitet wurden, sodass insgesamt auch der grünen Rückschnitt jetzt etwas schneller erfolgt als in den Jahren zuvor. Neben der Frage der Sauberkeit der Grünanlagen stand auch das Thema Sport im Zentrum dieses Bürgerdialogs. Es war ein Vertreter vom TUS Reuschenberg da, der ganz ausdrücklich die Stadt dafür gelobt hat, dass jetzt auch der TUS Reuschenberg einen Kunstrasenplatz bekommen hat. Es gibt natürlich trotzdem an den Sportanlagen immer noch Dinge, die geregelt werden müssen. Da sind wir in dem Dialog mit den Sportvereinen und auch konkret mit dem TUS Reuschenberg, was man als Stadt da an Verbesserungen auf den Weg bringen kann. Weiteres Thema, was zur Sprache kam, war die Parksituation an der Eissporthalle. Auf dem Parkplatz parken auffällig viele Lkw. Möglicherweise zeigt sich auch da, dass das Land mit seiner Stauinitiative nicht vorankommt. Denn in dieser Stauinitiative sollten auch mehr Abstellflächen für Lkw an den Rasthöfen installiert werden, damit die nicht in die Wohngebiete fahren und dort parken. Die Stadt wird überprüfen, ob man da eine Handhabe hat und wir gehen dem nach. Heute waren wir mit unserer beliebten Veranstaltungsreihe in den Stadtteilen Hohsten, Speck, Wehl und Helpenstein. Wir haben die Möglichkeit genutzt und die Bürger über die aktuellen Themen informiert. Zum Beispiel den Neubau der Feuerwache Neu-Süd oder das Neubaugebiet auf der Schluchenhausstraße. Auch die Kreisverkehre, die in Hohsten geplant sind, waren Thema. Unser Landtagskandidat Arno Jansen hat sich den Bürgern vorgestellt und sein Wahlprogramm dargelegt. Rainer Breuer war zu Gast und hat sich Fragen und Ideen der Bürger gestellt und diese wahrgenommen. Wir bedanken uns für diese effektive Arbeit und wünschen allen Bürgern, dass sie gesund bleiben.